So, meine lieben Freunde und Damen, hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Resident Evil 2, dem Remake. Ich habe mich darauf gefreut, wir haben ja die Demo auf dem Kanal hier gespielt und jetzt ist es soweit. Resident Evil 2 ist draußen und wir können es endlich anfangen zu spielen. Ich habe gerade ein bisschen die Grafik eingestellt, bevor wir hier anfangen. Ich habe aber noch nicht ins Spiel reingeschaut, ob es wirklich läuft. Ich habe mich die Grafik ein bisschen hochgeschraubt, als die Voreinstellung war. Ich habe Blumen rausgenommen, Bewegungsunschärfe und sowas rausgenommen, weil ich es einfach nicht mag. Mal sehen, wie es am Ende aussieht und läuft. Wir nehmen dieses Video jetzt auch mal in 60 Frames auf. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nicht, ob meine Grafikkarte da stimmt, denn ich habe schon eine Warnung bekommen, dass mein Grafikspeicher eventuell nicht ausreichen könnte. Müssen wir mal schauen. Ich habe übrigens auch ein neues Mikrofon. Da bin ich noch ein bisschen am einstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut klingt. Und ja, müssen wir alles mal sehen. Ist ja jetzt erst die erste Folge. Müssen wir dann in der zweiten Mal gucken, ob das alles funktioniert, Freunde. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Welche Kampagne spielen wir als erstes? Spielen wir als erstes mit Claire oder spielen wir mit Leon? Ich würde für Claire tendieren, wenn ich ehrlich bin, weil damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, das alte Resident Evil 2, habe ich mit Claire Redfield gespielt. Und im Let's Play haben wir, glaube ich, mit Leon gespielt. Ich könnte es mir jetzt auch einbilden. Ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben mit Leon gespielt. Und deshalb spielen wir jetzt einfach mal die Claire Kampagne. Würde ich jetzt einfach mal so entscheiden. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sie sich bisher, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Okay. Gut, Freunde. Wir starten einfach mal rein. Das Intro lassen wir natürlich wieder ohne Pratzenkamera laufen. Spielmodus wählen. Assistiert. Zielhilfe. Standard. Normaler Spielmodus. Wieder ran. Okay. Wir spielen natürlich im Standardmodus. Und schauen uns das Ganze mal an, Freunde. Bis gleich. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaube dir, Kumpel. Ich glaube dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay. Ähm, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns, und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tos? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach, komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest du ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht, sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Weg nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nach, ja? Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Hey, ich habe das. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Ach, ich sollte mal schlafen. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Ja, das ist das. Du kennst mich, ich komme klar. Klingt gut. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denn, Gula, ich komme in Schwierigkeiten? Okay, Freunde. Was für ein geiles Intro. Und jetzt ist das selbe Intro wie im Original, nur ein bisschen, ein bisschen geiler. Also grafisch muss ich schon mal sagen, wir haben ja die Demo in sehr low gespielt. Ich habe da nochmal in die Option geschaut. Wir haben die Einstellung auf sehr low gehabt in der Demo. Jetzt ist es so mittelmäßig eingestellt. Und meine Fresse, sieht das geil aus. Es läuft doch noch in 60 FPS. Wir nehmen auch gerade in 60 FPS auf. Mein Rechner scheint das alles noch ziemlich gut zu stemmen. Mal sehen, ob wir noch ein bisschen höher gehen können. Also GTX 79. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Vielleicht kommen da noch Szenen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, wo es vielleicht ruckeln könnte. Aber so sieht das schon mal geil aus. Und ich finde schon mal cool, dass man hier die Tankstellen-Szene, die man nur so im Intro angekratzt sieht, im Originalteil, dass man den, dass man die hier schon spielen kann. Finde ich schon mal sehr genial. Aber ich scheine erst mal nicht schneller laufen zu können. Egal. Gehen wir mal hinein. Hallo? Wie jungler hier aussieht, ne? Ähm, irgendjemand hier? Hallo? Schon mal sehr, es ist schon mal sehr geil. Den Laden untersuchen. Oh, hier scheint schon mal einer... Hier scheint schon mal ein Zombie zu sein. Alles in Ordnung? Beziehungsweise ist ein Verletzter. Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Oh, ist das spooky, Alter. Ist das gruselig. Ah, mega geil. Ich bin grad schon... Ich bin grad schon mega gehypt, Freunde. Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock auf das Game. Oh, die Sounds auch, ne? Also, Leute, hört euch das jetzt gerne mit Kopfhörern an. Das klingt schon alles sehr genial. Oder spielst du mit Kopfhörern? Ist auf jeden Fall übelst cool. Ich sag dir, halt still. Entschuldigung, ist alles aufzupassen. Zurück rein, Ben. Nicht her. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Weg von ihm. Ich sag das, weg von ihm. Oh, ho, ho. Alter. Ich bin nicht sehr. Okay. Ist das übel. Der wird bestimmt noch leben. Ganz ruhig, mein Lieber. Da lebt er noch. Wir haben auch nicht so viel Munition gerade. Alter. Okay, wir haben in der Demo gelernt. Wenn der Kopf noch nicht geplatzt ist, ist er wahrscheinlich auch noch nicht tot. Ich hoffe, er... Oh, Mann. Okay, hier ist zu. Da braucht man einen Schlüssel. Ich bin gerade von der Grafik übelst begeistert. Muss ich ehrlich mal zugeben. Das sieht so geil aus. Da ist der Schlüssel. Jetzt steht er bestimmt wieder auf, der Sack. Und wir die Tür hier schließen? Nee. Okay, Freunde. Was wird hinter dieser Tür hier sein? Zack. Ach, hier sind wir wieder hinter der Theke. Okay. Oh, da ist wieder einer. Und der steht auch auf, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier nur raus. Warum kannst du denn nicht... Shit. Jetzt mal ehrlich, Claire. Warum kannst du nicht sprinten? Doch, sie kann sprinten. Okay, falscher Knopf. Ich nehme alles zurück. Holy fuck. Jetzt bloß raus hier. Geil. Das ist dieselbe Szene. Nur halt nicht im Lokal. In der Tankstelle. Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube... Ich denke schon. Danke. Dank mir später. Wenn wir sicher sind. Oh, scheiße. Alter. Zombies sehen so geil aus. Los jetzt. Steigen da. Festhalten. Was heute geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cobb? Ja. Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cobb. Tja. Gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Also, um mal kurz noch was zu sagen, Freunde. Also, ich bilde mir ein, dass diese Anfangsszene im Originalteil nicht in der Tankstelle gespielt hat, sondern in so einer Art Bar. Ich bin mir echt nicht mehr sicher gerade. Das könnte auch genau so im Original gewesen sein. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich bin mir ein Claire erst im Original einfach an dieser Tankstelle vorbeigefahren. Und die treffen sich dann in der Nähe der Stadt in so einer Bar. Aber, ist ja egal. Auf jeden Fall schon mal ein richtig geiles Intro. Meine Herren, ey, haben sich Videospiele entwickelt. Wenn ich sowas hier sehe, sehe ich... Ja, ich finde es wirklich immer krasser. Als jemand, der wirklich schon ein paar Jahre dabei ist und schon ein ganz paar alte Spiele auch gespielt hat. Heftig. Geil. Geil, 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 geil. An alle Einwohner. Auf Druck des stadtweiten Ausbruchs. Wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber... Was, wenn wir die einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden gibt? Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch... ...welche geben. Der Transporter, ne? Er kam doch hier und hat einen Unfall ausgelöst. Ja, Tanktransporter. Ja, da kommt er doch. Ah, ne, noch nie. Das ist so räudig, geil. Die Zombies sind so übel aus. Ach, du Schande. Leon, fahr rückwärts. Da kommt er doch. Der ist der Trucker-Fahrer. Alter, du Scheiße. Claire, steig aus. Steig aus, jetzt. Das kann nicht. Da ist der Boxer. Oh, Miss. Ich finde es wirklich schön, dass sie sich so gut am Original gehalten haben. Nice. Oh, Scheiße. Geh schon weiter. Ich treffe für eine Station. Okay, jetzt müssen wir hier schleunigst weg. Oh, ist das geil. Alter, wie gut das aussieht. Megakrass. Okay, ich glaube, hier lang ist auch... ...sinnfrei. Okay, ich gehe mal schnell weiter. Ja, das ist wie das Ende der Welt, klar. Richtig. Aber nochmal so geil in Szene gesetzt. Ah, so schnell ging das hier? War das im zweiten Teil so, dass man so schnell zum Polizeipräsidium kam? Ah, nee, hier ist natürlich noch ein Umweg zu gehen, ne? Natürlich. Es ist so dunkel, ne? Ich habe die Helligkeit mal so eingestellt wie empfohlen. Es ist meistens mir ein bisschen zu dunkel. Man sieht ja wohl nicht kaum was. Alter. Und mach den Riegelzug leer. Ist das mega geil. Wollen wir lassen mal ein bisschen Feedback da, wie er... Alter Schwede. Wie er das neue Mikrofon so findet. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, es klingt noch ein bisschen geiler als das alte. Das alte ist mir leider kaputt gegangen. Da konnte ich nicht mehr viel... ...machen. Das hat immer schön geknistert die ganze Zeit. Ist auch ein paar Shadowman-Folgen zu hören. Irgendwann ging es dann gar nicht mehr. Sie musste ich mir leider ein neues kaufen. Hat mich jetzt für das rote NT-USB entschieden. Was muss ich sagen? Echt cooles. So. Alter. Ich bin... Ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. In die schon aus dem Demo bekannte... ...Polizeistation. Und schauen uns hier mal genau um. Keep out. Das kennen wir ja schon. Ähm. Wir haben ziemlich wenig Inventarplätze. Ich glaube, das war ja von Claire auch so ein bisschen das Problem. Was ich hier so wenig Inventarplätze hatte. Immer die klassische Schreibmaschine. Brauchen wir hier noch Farbbänder? Nee, ne? Nee, Farbbänder brauchen wir keine mehr. Wird einfach so gesaved. Hier die klassische Truhe. Sehr nice. Ich fühle mich direkt zu Hause, Freunde. Man fühlt sich doch direkt zu Hause. Mega geil. So. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Komm schon, Chris. Wo steckst du? Lester. Drinnen sind sie auch. David. Marvin. Seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung aus Korridor. Ich sollte ihm helfen. Jep. Klar, das sollten wir versuchen. Ach so, hier ist also die Map. Jetzt müssen wir kurz gucken. Da, genau. Der Kartenbitrum ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Neuerung, dass man auf der Map Gegenstände sieht, die man nicht aufheben konnte, weil man gerade volles Inventar hatte. Das war immer so ein kleines Problem bei Resident Evil, dass man immer schön mit seinem Inventar haushalten musste. Das ist cool, dass auf der Map nochmal solche Sachen angezeigt werden. Und ich weiß, ehrlich gesagt, jetzt gerade gar nicht so richtig, wo geht man als erstes hin? Es ist wirklich ein großer Spielplatz, den wir jetzt erstmal entdecken müssen. Und man hat immer so das Gefühl, er hat man ja schon gespielt. Kommt man easy durch, aber ich denke mal, die werden das Spiel schon nur im Groben, im ganz Groben werden sie sich an die Story gehalten haben und an die klassischen kleinen Rätselchen. Aber sonst wird sich das Spiel schon komplett verändert haben. Es ist krass, wie das Spiel zur Zeit gehypt ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Fast jeder kleine und große YouTuber spielt Resident Evil. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir ein Messer, das haben wir auch nicht. Gut, also kommen wir hier und hier schon mal nicht durch. Das wird auch schön an der Map angezeigt. Sogar das Schlüsselsymbol ist angezeigt. Peak Tür. Das ist natürlich geil. Hier haben wir eine Statue, eine Truhe. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr geile, übersichtliche Map. Hier den Einstieg in so ein Survival-Spiel. Falls man es noch nicht gespielt hat, daran muss man ja auch immer denken. Schon sehr erleichtert. So, und hier müssen wir irgendwelche... Das lange kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern. Man, hier könnte man jetzt wirklich nach Ausschluss verfahren. Ah ne, das ist zu viel. Man muss sich auch jedes Mal bestätigen. Da müssen wir irgendwo eine Anleitung für finden. Das heißt, wir können eigentlich den ersten Weg gehen, den man auch in der Demo geht. Da unten. Durch diese Haupttür. Die wird wahrscheinlich mit dem Schalter aufgehen. Ah, vorhin bin ich ein bisschen nervös. Aber gerade, das läuft mit stabilen 60 FPS. Die ganze verdammte Zeit. Ich glaube, ich kann die Grafik echt noch ein bisschen hochstellen. Obwohl mich der Rechner, also das Programm, hat mich echt gewarnt. Ja, Grafik zu hoch eingestellt. Wird wohl ruckeln. Nix. Bisher nix. Okay. Diese Keep-out-Meldung... ...ist bestimmt nicht umsonst hier. Oh, Mann. Alter, das ist fucking dunkel. Das ist wirklich fucking dunkel und blutverschmiert und gruselig. Ich liebe es. Da fehlt die Sicherung. Das haben wir auch schon in der Demo. Wir sind in der Demo nicht wirklich weit gekommen, wenn wir wieder so krass auf dem heißen Brei rumgelatscht sind. Äh, rumgelabert haben. Ich habe übrigens Echtzeit-Spiegeleffekte angemacht. Also hier sollte alles in Echtzeit gespiegelt werden. Was natürlich ultra beeindruckend ist. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werde ich die Grafik noch mehr hochschrauben. Gehen wir mal auf hoch und ultra. Mal sehen, wie es dann noch läuft. Okay. Hier ist wie alles im Wasser so geil gespiegelt wird. Ich liebe sowas. Da bin ich auch ab und zu mal bei so neuen Spielen... ...bin ich auch ein bisschen Grafik-Fetischist. Manchmal. Muss ich auch ehrlich zugeben. So, hier rechts war noch eine Tür. Ne, war doch keine Tür, nur ein Fenster. Oh je, hier liegt schon wieder einer. Der wird doch bestimmt aufstehen. Was ich immer so krass finde an solchen neuen Spielen... ...man sieht natürlich die Items nicht so gut. Wie zum Beispiel in dem Original Resident Evil 2. Da hat man die Items natürlich immer sofort gesehen. In so neuen Spielen ist es immer eher schwierig. Aber meistens blinkern und leuchten die ja trotzdem so ein bisschen. Ah, der hat Mündition mit. Sehr schön. Was ist das? Lichtschalter? Ah, schön. Licht ist echt mal was Tolles. So, gut. Das scheint es hier wohl schon gewesen zu sein. Wie gut die Gesichtsanimationen waren, ne? So, die Nahaufnahmen von Claire. Meine Herren. Schaffst du das? Stark. Claire? Echt stark. Ich bin begeistert. Die Damen-Toilette. Das Übel allen Horrorspiels... ...ist immer die Damen-Toilette. Ah, First Aid Spray. Nice. Kann man die stacken? Ne. Das wäre auch zu blöd gewesen. Gut. Ähm... Jemand hier? Ah, hier ist doch die Bekannte. Ah, ja, 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 ja. Hier waren wir in der Demo ja auch. Oh mein Gott. Guckt euch dieses Gemetzel an. Also ganz ehrlich, in Sachen Brutalität haben Videospiele... ...in letzter Zeit schon immens an Zuwachs gewonnen. Ein abgenutzter Schlüssel. Was hat man hier zu benutzen? Das Ding ist, die Frage ist... Oh, okay. Wurde ich genau dasselbe wie in der Demo? Ganz genau dieselbe Szene. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die machen das komplett anders. Dann wird ja gleich dieser wunderschöne Zombie kommen. Und uns auf die Pelle rücken. Ich bin hier. Die Tür aufwachen. Aufwachen. Aufwachen, bitte. Hier, geben Sie mir die Hand. Hilfe. Festhalten. Geben Sie mir die Hand. Ah. 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 Es ist okay. Ich hasse dich. Ah. All dein. Oh mein Gott. Diese schlimme, schlimme Szene. Tut mir so leid. Oh Gott. Das ist schon echt übel. Guckt euch das mal an. So was hat man damals in seinem Kopf. sich vorstellen können. Jetzt kann man es einfach sehen. Man muss sein Gehirn nicht mehr verwenden, um sich Brutalität vorzustellen. Es ist einfach so brutal. Notizbuch eines Polizisten. Ah. Guckt mal. Hier haben wir doch schon mal die Lösung für die Statuen. Das ist schon mal sehr nice. Und da kommt er doch mein Freund. Da kommt er gleich. Und da kommt er noch nicht. Guckt mal jetzt hier rein irgendwie? Okay. Ich werde jetzt einfach mal freuen. Ich renne jetzt einfach mal zurück. Wir können uns das ja mal merken. Oh. 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 Ich seh nichts. Ich seh nichts. Fuck. Gleich zwei. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell weg hier, Alter. Bitte, Claire. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Hör auf. Ich bin dran. Alles klar. Ja. Du bist sicher. Vorerst. Marvin Brenner. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Ja. 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 Meine Güte. Also niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß noch sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja. Was sie nicht sagen. Hey, hey. Lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris-Schwester. Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt es einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Hey. Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein. Vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein. Das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hilfe. Dazu, Claire. Leite dich selbst. Damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein. Ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst. Wer immer es auch war. Darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder rennen. Okay, Freunde. Genau, das hat man ja schon. So können wir das Messer benutzen. Das Ding ist, dass das Messer verbraucht wird. Es hat einen Verschleiß und geht irgendwann kaputt. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so geil. Weil in jedem Residive-Teil hatte das Messer keinen Verschleiß. War immer da. Direkt die Blut. Alter. Er scheint schon arg verletzt zu sein. Ich glaube, da wird sich auch weit verwandeln. Gut, Freunde. Da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und machen direkt noch dieses kleine Rätselchen. Und dann würde ich die erste Folge von Residive 2 auch schon fast beenden wollen. Oder müssen wir ja schon über eine halbe Stunde spielen. Aber die Zeit verrennt wirklich wie im Fluge hier. Das war auch der falsche Knopf. So. Genau. Warnung. Alles klar. Also, dass uns zwei Zombies gleichzeitig angreifen können, ist schon mal arg übel. Ähm. Das ist eine Löwenstatue, ne? Genau. Löwe. Pflanze. Vogel. Genau. Löwe, Pflanze, Vogel. Löwe. Dann die Gerste hier und den Vogel. Ah. So kriegen wir die Medaillons. Alles klar. Gut, Freunde. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Mit dem Messer können wir natürlich jetzt da vorne in den Raum. Das haben wir schon in einer Demo geklärt. Wir sind schon leicht angeschlagen. Ich werde jetzt trotzdem mal das Medaillon verstauen. Diesen Schlüssel. Ein abgenutzter Schlüssel. Das Ding ist, brauchen wir denn noch? Oder was bedeutet denn dieser Haken da? Das haben wir bestimmt weggedrückt. War bestimmt eine Info da, was das bedeutet. Ich verstaue den trotzdem mal. Und das Frost-Aid-Spray. So. Waffe können wir auch Klammer nachladen. Gut, Freunde. Ich speichere jetzt hier mal an dieser Stelle. War doch eine schöne erste Folge. Und verabschiede mich. Von diesem wunderschönen Let's Play. Ähm. Krass. Ich freue mich auf die zweite Folge. Die werde ich auch heute gleich wieder aufnehmen. Ähm. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Muss ich sagen. Ich habe richtig Bock, das Spiel zu spielen. Sieht mega geil aus. Spielt sich gut. Ist dem Original einigermaßen treu. Bisher zumindest. Die erste halbe Stunde war schon mal sehr dem Original angelehnt. Kann das ja auch sein. Ist ja ein Remake. Ähm. Gut. Freunde. Wir sehen uns wieder in Folge 2. Ich hoffe, es hat jetzt technisch alles geklappt. Ich habe, wie gesagt, mit diesem Mikro noch keine Folge aufgenommen. Ich habe nicht mal eine Testaufnahme gemacht. Ich habe mir nicht mal eine Testaufnahme. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Mach nicht mal eine Testaufnahme und höre sie mir an. Soweit ist es schon gekommen. Ich habe mir nur den Pegel angeguckt. Habe gesagt, ja, Lautstärke ist okay. Wird schon funktionieren. Werde ich ja gleich hören. Wahrscheinlich kommt jetzt ein kratzendes Krächzen raus. wo ein Kabel nicht richtig drin steckt oder so. Wir werden es sehen, Freunde. Macht es gut. Wir sehen uns in Folge 2. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.